Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 12. Februar 2021. Am frühen Morgen des 12. wurde diesen Monat ein Mi entdeckt, das wohl als das kleinste der Welt gelten dürfte. Piper spielte gerade mit einer Luke herum, als er mehr oder minder zufällig den winzigen Timmy entdeckte. Timmy ist nur etwas mehr als 3 mm groß. Es gibt Bestrebungen, ihn offiziell als das kleinste Mi der Welt anzuerkennen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Da hab ich eine spannendere Geschichte auf Lager. Diese Meldung betrifft mich nicht. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Rufbetsch, der 12. Februar war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.